Und dann ist der Start freigegeben. Simon Rechenmacher legt hier gleich einen super Start hin, setzt sich vor Daniel Stell. Und so geht's in die erste Kurve. Dahinter ist schon Claudia Henning, die bei der Zufahrt versucht bereits vorbei zu gehen an den Ball. Die beiden aber sich dann doch auf Platz 3 einsortiert. Und dann Lukas Scherpenskas auf Platz 4. Und dann geht's hier schon rund in der ersten Runde. Simon Rechenmacher und Daniel Stell berühren sich. Daniel Stell kann das Kart gerade noch abfangen und fällt hier dann aber auf Platz 5. Erst einmal zurück. Und das heißt, Simon Rechenmacher, der Führende, vor Claudia Henning, Lukas Scherpenskas dann auf Platz 3. Und Platz 4 für Lukas Schächer, bevor Daniel Stell dann kommt. Und diese Vierergruppe hat sich schon wenig absetzen können von den Verfolgern. Und die große Verfolgergruppe, die wird angeführt durch die Startnummer 27, durch die Österreicherin Emma Felbermayr. Was passiert jetzt an der Spitze? Das ist so immer ein bisschen die Frage. Viele beobachten erst mal. Da wird erst mal in aller Ruhe die Runden gedreht. Und dann so in der Mitte eines Rennens, da wird dann ein bisschen mehr aufs Gaspedal gedrückt. Da wird ein bisschen schneller gefahren. Dann ist das Kart aber auch natürlich leichter. Denn es ist ja Sprit verbraucht worden bis dahin. Und dann muss man aufpassen, dass man natürlich nicht zu leicht wird. Denn nach einem Lauf wird gewogen. Und wer dort eben zu leicht ist, der wird ebenfalls wieder aus der Wertung genommen. Daniel Stell geht schon mal vor auf Platz 4 in dieser dritten Runde. Arbeitet sich hier schon langsam nach vorne, während der 15-jährige Rosenheimer an der Spitze seine Runden dreht. 2021 konnte Simon Rechenmacher hier in Wackersdorf seinen ersten Lauf gewinnen. 2023 dann wieder ein Lauf für Simon Rechenmacher als Sieger. Das im Moment so ein bisschen die... Dahinter Claudia Henning unterwegs, die Weidhofenerin, die 20-Jährige, die im vergangenen Jahr die beiden Läufe gewinnen konnte. Und ihren ersten Sieg 2018 hier in Wackersdorf verbuchen konnte. Also auch Sie könnte hier nochmal einen draufsetzen nach Ihrem, wie gesagt, Doppelsieg im vergangenen Jahr hier in Wackersdorf. Und Daniel Stell, er ist jetzt schon auf Platz 3 nach vorne gegangen. Der 31-Jährige aus Hammelburg. Bei ihm ist der erste Sieg in Wackersdorf 2012 gewesen. 2012 damals Doppelsieg im ADAC Card Masters für den Daniel Stell. Es folgten viele Siege bis heute. Der letzte Sieg von Daniel Stell in Wackersdorf, der liegt allerdings schon drei Jahre zurück. Das war 2021. Ja, und diese drei, die haben sich jetzt so ein bisschen abgesetzt. Da geht der Lukas Schaubinskass nicht mehr mit. Und Daniel Stell geht auf die zweite Position. Und ist jetzt hinter dem Simon Rechenmacher unterwegs. Und das Ganze nach sechs gefahrenen Runden. Ja, Daniel Stell bekannt für seine Fahrweise. Er ist einer, der sich richtig gut nach vorne arbeiten kann. Das haben wir hier in Wackersdorf 2019 erlebt, als er von Platz 26 auf Platz 9 nach vorne gefahren ist. Und er übernimmt auch jetzt die Führung in dieser siebten Runde. So, jetzt ist natürlich die Frage, was passiert dahinter? Können hier Simon Rechenmacher und Claudia Henning das Tempo von Daniel Stell mitgehen? Lukas Schaubinskass, der hat sich da schon so ein bisschen zurückgezogen. Und auch der Lukas Schecher auf Platz 5 will sich da nicht in diese Zweikämpfe einmischen. Hinter ihm unterwegs der Emanuel May. Und wir schauen mal, wo ist denn der Marvin Langenbacher im Augenblick unterwegs? Der Führende in dieser derzeitigen Meisterschaft. Marvin Langenbacher auf Platz 18 finden wir ihn. Und den Dritten, denn Felix Wieschlitzki, der ist derzeit 13. Svenja Dreher, die Vierte in der Meisterschaft, auf Platz 17. Heißt dann für Emanuel May natürlich wieder ein dementsprechender Schritt näher an Marvin Langenbacher heran. Wobei wir natürlich immer dazu sagen müssen, wir haben Gaststarter dabei, die keine Punkte erhalten. Also insofern der Abstand nicht so groß, wie es sich zuerst einmal anhört. Daniel Stell hat in der Zwischenzeit fast eine Sekunde Vorsprung herausfahren können. Und Simon Rechenmacher und Claudia Henning, ja sie fahren fast identische Rundenzeiten. Also da sieht es nicht so aus, als würde hier in den nächsten 5 Runden noch viel passieren. Aber wir haben alles schon erlebt gehabt. Insofern wäre es eigentlich nicht überraschend, wenn hier Claudia Henning noch an den Simon Rechenmacher herankommt. Oder auch Lukas Schaubinskas näher an die beiden noch heranfährt. Aber selbst wenn wir hier auf die Rundenzeiten schauen, muss ich sagen, der Lukas Schaubinskas, auch er, gibt sich im Moment mit diesem 4. Platz hier zufrieden. So können Sie jetzt also das in aller Ruhe herunterfahren, diesen Lauf, der jetzt gleich noch 4 Runden dauern wird. Ja und wie ich gesagt habe, man kann es jetzt beobachten. Und die Claudia Henning fährt näher an Simon Rechenmacher heran. Und der Rosenheimer bekommt auf diesen letzten 4 Runden dann doch wieder ein bisschen Druck von hinten. Und die Frage, würde es der Simon Rechenmacher ins Ziel retten können, diesen 2. Platz, den er da im Augenblick inne hat. Er ist ja 8. in der Meisterschaft vor diesem Lauf, hat 36 Punkte. Und Claudia Henning ist 9. Hat ebenfalls 36 Punkte auf ihrem Konto. Heißt, es geht zwischen diesen beiden hier um Platz Nr. 8. Wenn nicht sogar noch weiter nach vorne. Denn Paul Moritz Doktor mit seinen 37 Punkten auf Platz 7 ist hier nicht mehr in der Punkteklasse mit dabei. Fährt auf Platz 25 im Augenblick hier seine Runden. Na, was Simon Rechenmacher jetzt mit einem kurzen Zwischensprint unterwegs gewesen ist. Hat sich vor den letzten 2 Runden noch einmal von... ...aus weit rufen. Wir sind in den letzten beiden Runden dieses Laufes. Deshalb der Hinweis für unsere X-30 Senioren, dass um 13.30 Uhr dann der Vorstart schließt. Also für unsere X-30 Senioren bitte dran denken an die Vorstartschließung. Ja, und gleich geht's in die letzte Runde. Und Daniel Stell mit einem Vorsprung. Von 1,64 Sekunden liegt er vorne. Vor den Verfolgern und auch diese Positionen würde ich als klar bezogen schon einmal darstellen wollen. Mit Simon Rechenmacher und Claudia Henning. Wenn sich da keiner mehr einen größeren Fehler in dieser letzten Runde erlaubt, dann würde ich sagen, geht das Ganze so aus. Daniel Stell kommt in Richtung Sprunghügel. Noch einmal durch die Zielkurve hinter euch. Raus aus dem Tal. Hoch zu Start und Ziel. Und dann gewinnt er ganz souverän diesen Lauf. Mit einem Vorsprung von 1,84 Sekunden vor Simon Rechenmacher und Claudia Henning. Lukas Scharpinskas wird Vierter vor. Lukas Schecher und Emanuel May. Lukas Reiböck auf Platz 7. Emma Felbermayr holt sich Platz 8. Louis Binder wird Neunter. Und auf Platz 10 Maddox Wirth. Und auf Platz 10 Maddox. Untertitelung.